Die Grafik ist schon nice Avanti Avanti Was, was, ich trinke irgendwas Was trinke ich? Bestimmt Alkohol, dann ballerts Die VEGO, die VEGO Knot Hallo liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video Heute spüren wir Isanso Oder wie das heißt Italienische Front Äh Ich würd sagen, wir gehen direkt rein Weil das ist richtig schabbern Ist voll Dann gehen wir da rein so ich glaube da geht es richtig ab mit geballer und so ein bisschen wie battlefield habe ich das gefühl aber wir gucken erst mal so oft geht es mir da excuse me excuse me in meinen ohren das will ich meinen ohren nicht antun wir machen erst okay der scheppert hier überall leute wo sind die feinde sagt es mir wo ich habe einen getroffen oder ich habe ein gekillt hier wollte alter mein erster schuss also man stimmt auch wie er kann ich hier wieder jawohl ich kann hier wieder rein sehr schön ich habe die gasmaske auf warum ich will mal offizier nähe will ich nicht sein techniker sturm angreifen das hört sich mal gut an ich bin gerade gespawnt so offen neues super ich finde es halt immer geil wenn man alles hier so latschen muss aber die grafik ist schon da ist aber an der wenn die ich trinke irgendwas was trinke ich schon alkohol dann ballerts und was ist gerade ein typ hier nein 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 weg mit der mass gasmaske verdammte scheiße die stauern ist bis hin alte mann schwarzlose oh mein gott der kann ich da auch mal weg oder offen neues wir versuchen es immer weiter immer weiter ich habe ein kiff ist jetzt oder ja sehr schön wie viele da sind die volksversammlung online gott ich helfe dir ja ich habe den eingetroffen schild doch mal deine alte alles gut ich liebe noch dann wenn ich noch lebe ist alles gut so ich trinke erst mal was jungs ihr müsst alkohol trinken dann läuft es bis der die gasmaske aufsetzt ist weihnachten alter ich will ja gerade was sagen aber ich lasse lieber scharfschütze ja mann ich will scharfschütze sein das ist geil okay klasse ist voll damit ich hier gewährschütze kommen aber an sich schon geiles gespiel das ist halt das problem wenn die maps so groß sind man checkt gar nix man sieht niemanden man so jetzt habe ich zum zehnten mal gefühlt wieder jetzt habe ich an gas oder ich sterbe von einem wo da oben sind jetzt ich kann nicht mal einsteigen hallo ist jetzt mal gleich die gasmaske auf da oben aber ich ihn keine ahnung habe ich ihn ab das scheppert hier aber eben wie battlefield aber schon geil muss ich sagen hat was das spiel ich wurde getroffen ich wurde getroffen aber ich habe mich gehalten von wo von wo digger ich schicke hier gar nichts der eine weint ganzheit weiß wenn man auch mal alter man sieht auch die gegner nicht das ist schon schwer alter ich wäre gern scharfschütze aber das ist leider full ich glaube was scharfschütze ist richtig geil ich bleibe mal hier drauf sieht feindlich aus soll da sitzt jetzt die gasmaske auf und jetzt sterbe ich oder das baumenü das kann ich bauen ich kann die munitionskiste bauen wie geil ist das denn so den heil ich jetzt mal hier und ich habe ja auch kollege weiß ich bin jetzt bleibt ja du wolltest ich hören komm ich gehe mal hier woanders rein kann ich hier woanders hin so ich will mal woanders jetzt hier rein leute ok gehen wir mal da rein schön geht nicht gehen wir mal cast rein cast sieht interessant aus ich hoffe da waren wir nicht gerade diesmal bin ich in die defensive ist glaube ich besser weiß ich nicht ob defensive besser ist oh ja die map gefällt mir hat was hat was sieht interessant aus auf jeden fall die map gefällt mir besser ehrlich gesagt also ich kann ich schaffe zu sein dann geht natürlich nicht sturmangreife ich bin dann damit ich als sturmangreife kommen also wir müssen hier verteidigen leute soll er hört mir zu wir müssen hier verteidigen ich will das einfach ja das passiert wenn man hier dem offizier nicht zuhört ich renne mal schnell rüber so zack das will ich auch was sehen würde aber ich sehe niemanden mehr so etwas trinken auch der ballast ich habe ein habe ich eingetötet jawohl aber ich habe eingetötet leute ich habe eingetötet sehr schön das freut mich jetzt ok ja ist auf jeden fall geiles geben muss ich sagen wirklich hätte ich nicht gedacht und ich heile ich erst mal kollege bitteschön offizier gehen sie voran ich folge ihnen warum bin ich jetzt gestorben könnt ihr mir das sagen verdammt das scheiße leute wir müssen verteidigen das wird sonst hier nichts die greifen von dort an oh mein gott die sind da vorne ok ich packt sie leute vorne das ist also bin ich einfach nur dumm oder muss ich reinkommen in das spiel die map ist auch irgendwie klein kann man die größer machen schon scheiße nicht getroffen die tricks auch oh mein gott der hat den kopf verloren jawohl alter jawohl junge geil geil jetzt habe ich paar jetzt habe ich ein bisschen also jetzt geht es ab jetzt geht es ab so weiter geht es hier hoch so sagt und jetzt von hier oben also wir müssen angreifen freunde das war es mit dem video ich hoffe es hat sich trotzdem gefallen sonst flippe ich hier gleich aus also das ist schon also es ist geil das geben aber es ist auch schwierig muss ich sagen also es macht schon bock ich denke mal mit freund und so macht richtig bock deswegen vielleicht mache ich davon noch eine folge mit meinen kollegen zusammen wir sehen uns dann beim nächsten video heute rein und ja ciao ciao